Moin Leute, was geht, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute werden wir einfach mal Squid Game in Roblox spielen und zwar Leute, wie die meisten es vielleicht schon gesehen haben oder gesehen haben muss. Gibt es auf jeden Fall eine neue Serie auf Netflix, die heißt auf jeden Fall Squid Game und ich mach einfach mal ein Video, wo ich das einfach in Roblox spiele. Ich habe auf jeden Fall diese Map schon geliked, weil ich bin kurz reingegangen, aber ich habe extra noch nicht angefangen zu spielen. Und hier sind auf jeden Fall alle Games drauf, also alle Spiele, so zum Beispiel einmal Red Light, Green Light, dann das mit diesen Keksen da abschneiden oder wie auch immer. Und ich würde dann auf jeden Fall sagen, wir labern gar nichts rum und wir gehen einfach mal rein. So, ich bin jetzt auf jeden Fall drin, Leute, und ich bin auf jeden Fall die Nummer 179. Ich gehe einfach mal hier, damit ich auch bei dem Game reinkomme und da sind auf jeden Fall diese Soldaten und so sieht auf jeden Fall der ganze Raum aus, Freunde. Ähm, ja, also sieht halt echt aus wie fast bei dem echten Squid Game so. Ähm, und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich in 14 Sekunden, wenn auf jeden Fall die Runde beginnt. So, Leute, wir wurden jetzt auf jeden Fall hier teleportiert. Äh, wir müssten jetzt auf jeden Fall kurz warten, bis das hier auf jeden Fall alles beginnt. Ich gehe jetzt einfach mal hier, äh, bei diesen Betten da, ich mache irgendeinen Schwachsinn. Und, ähm, ja, hier sind auf jeden Fall 59 Spieler und wie ist der eine da hochgekommen? Kudiha. Auf jeden Fall noch Waiting for Players, also wir müssen noch ein bisschen warten, Freunde. Und Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Squid Game geschaut habt. Und ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass ich das hier alles überleben werde, also dieses ganze, äh, Squid Game, also diese ganzen Squid Game Spiele. Und, äh, ja, so, in 5 Sekunden können wir jetzt auf jeden Fall losgehen. Okay, da ist die Tür, geht auf. So, okay. Jetzt müssen wir da hoch, bei diesen Treppen. Ich finde, das mit den Treppen ist voll gut gemacht eigentlich, gell? Da ist auf jeden Fall der Teleporter und wir müssen da jetzt auf jeden Fall rein, Leute. Ich gehe jetzt mal rein, let's go. Okay, make your way to the first game. Okay. So, auf jeden Fall, Leute, wie man schon sehen kann, ist hier alles dunkel, nur da ist auf jeden Fall eine Tür, die gleich aufgehen wird. Und dann kommen wir auf jeden Fall zu dem ersten Game, auch Red Light, Green Light. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir das überleben werden, Leute. Ich hoffe mal schon, weil das wäre halt richtig blöd, wenn ich das jetzt einfach verliere. LoL, Alter, das sieht halt wirklich echt aus, wie bei den Action Squid Game. Today we're going to play Red Light, Green Light. When it says Green Light, you can walk. When it says Red Light, stop. LoL. Okay, LoL. Green Light. Ich darf mal stehen. Red Light. Okay, die ersten wurden schon getötet. Red Light. Alter, wie schnell hat die gerade bitte Red Light gesagt? Red Light. Ja, ich muss wirklich immer rechtzeitig stoppen, weil da bin ich schon weg, Digga. Green Light. Green Light. Oh mein Gott. Green Light. Ich, wisst ihr was, Leute, ich stoppe einfach manchmal sogar früher, weil ich habe einfach Angst. Green Light. Ich stoppe jetzt. Green Light. Hey, LoL, wer ist gestorben? Green Light. Green Light. Green Light. Oh mein Gott, Digga. Green Light. Green Light. Green Light. Green Light. Green Light. Green Light. Ich bin kurz vor dem Ziel, Leute. Ich bin kurz vor dem Ziel. Green Light. Nice. Nice, Leute, ich habe es geschafft. Let's go. Okay, nice, Leute. Wir haben auf jeden Fall das erste Game bestanden. Ich würde dann sagen, wir kommen auf jeden Fall zum zweiten Game. Okay, so, Leute. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier wieder in der Lobby. Und ich probiere mich jetzt hier einfach mal zu finden, Leute. Und, äh, ja, ich habe mich gefunden. Ich bin hier sogar tatsächlich der erste, Leute. Guck mal, da bin ich. Okay, es geht jetzt auf jeden Fall weiter, Leute. In 15 Sekunden. Und, ähm, ja, also jetzt sollte auf jeden Fall das Game kommen. Das mit diesen Keksen, Leute. Ich hoffe wirklich, dass ich das jetzt einfach schaffe, Alter. Und, äh, ja, da sind auf jeden Fall diese ganzen, äh, Geldscheine von dem Geld. Äh, make your way to the second game. Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder dort zu diesen Treppen und so weiter gehen. Okay, nice. Okay, so, okay, wir sind auf jeden Fall hier gespawnt. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier, oh, lol. Der ist direkt vor meinem Gesicht gespawnt. Okay, also ich muss jetzt mein Teil aufmachen. Nein, warum habe ich Regenschirm bekommen? Digga, das ist das Schwerste. Leute, wir müssen ganz langsam machen. Oh mein Gott. Leute, ich schaffe es einfach. Ich habe es geschafft. Hä, lol, wie habe ich das geschafft, Digga? Ich dachte, ich erliere jetzt. Leute, ich habe es einfach hingekriegt. Nice, let's go. Alter, Leute, ich habe das gerade so clean gemacht. Okay, wir haben noch sieben Sekunden, bis, äh, das Spiel hier alles vorbei ist. Okay, let's go. Nice, also ich habe es auf jeden Fall weiter geschafft, Freunde. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich erliere. Okay, wer ist denn alles gestorben? Lol, Alter. So viele Leute sind schon weg. Das sind noch 16 Spieler in der Lobby. Davor waren es einfach 60, aber jetzt sind es 16. Okay, wir müssen noch 40 Sekunden warten, Leute, bis es zum nächsten Game geht. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was im nächsten Game passiert, aber wir gucken einfach mal, Freunde. Oh nein, das ist mit dem Seil. Oh mein Gott. Was musst du hier drücken, Digga? Oh mein Gott. Äh, hallo? Nein, Digga, was passiert hier? Lol. Du Ru... Oh mein Gott. Nein, Digga. Du Ru... Oh nein. Oh nein. Oh nein.